hi freunde und willkommen zu einem weiteren the witcher 3 guide hier auf meinem kanal und zwar zeige ich euch wie ihr an die verbesserte legendäre bärenrüstung kommt dazu müsst ihr die nebenquests machen die traurige geschichte der großbart brüder an dem punkt zeige ich euch gleich noch mal müsst ihr hier zur grotte hin dann unterhaltet ihr euch mit jemanden also mit dem festgeber dann jagt ihr die zusammen vernichtet ja und seit dann an dem punkt da wo die truhe ist ich bin jetzt noch mal zurück um euch halt den weg zu zeigen ich hoffe ja das ist der richtige weg oder auch nicht so ein moment wir müssten aber gleich da sein hier ist auch noch mal eine truhe aber das nun stumpfes ball bringt euch nichts wird das fleisch ich habe ich die typen zerlegt die zutaten nehme ich gerne mit ich glaube jetzt bin ich vom weg abgekommen das macht gar nichts besuchen einfach weiter jawohl genau und hier haben wir auch schon die truhe für das schema verbesserte legendäre bärenrüstung sind durch dieser kalt weiter geholfen hat würde ich mich über einen daumen nach oben freuen und wir sehen uns beim nächsten mal haut rein